Wir haben jetzt noch nicht das Stichwort Delegation gebracht, wo er eigentlich scheinbar ja nicht so stark sein dürfte. Und das ist wieder oder immer wieder, finde ich, ein Symptom dafür, dass man sagt, wenn wer nicht delegieren kann, dann liegt es sehr oft an so einem Ego-Thema, weil du einfach die Dinge nicht loslassen kannst, den anderen das auch nicht zutraust, sie gleichzeitig vielleicht auch nicht heranführen kannst an das, was es braucht, damit man in Aktion treten kann, damit man diese Verantwortung aus dem Team heraus übernehmen kann. Und das Interessante gleichzeitig ist ja, wenn wir wieder auf den Football zurückziehen, es ist ja nicht unüblich, dass dein Offense-Koordinator das tut, wofür er eigentlich eingestellt ist, nämlich in dem Fall Plays zu callen. Also er hat sozusagen, es ist durchaus üblich, das so zu tun und er macht es aber trotzdem nicht so. Also das finde ich ja geradezu doppelt schwierig, weil es gibt sozusagen etablierte Prozesse, die man durchaus so machen kann. Du machst es nicht, bist dann nicht sonderlich gut noch dazu in diesem Aspekt deines Jobs. Und da fehlt es halt dann total irgendwie an diesem Eindruck. Wir wissen natürlich nicht, wie intern die Diskussion und Kommunikation ausschaut, der Teil ist klar. Aber nach außen hin ist die Wirkung, die es ausstrahlt, verheerend. Und da ist die Wirkung, die es ausstrahlt.